Wir haben hier eine tolle Wohnung gerade gekauft und wir freuen uns sehr. Sie befindet sich in Neukirchen und wir haben mit Helmut ganz tolle Erfahrungen gemacht und wir freuen uns riesig. Ganz toll. Und was war der Ausschlag, warum ihr hier gekauft habt? Weil die Infrastruktur uns gut gefallen hat und weil wir einfach alles bekommen haben, was wir uns gewünscht haben. Ganz toll. Also super Panorama und die Ausstattung und einfach alles. Ganz toll. Dankeschön. Ja, also wir wollen Alpinski, Langlaufski, aber auch im Sommer am Badezieher in der Nähe und Wandeln, Radeln. Genau. Es hat fast alles, kann man hier gut machen. Und ihr habt doch einiges angeschaut und das war dann der Schlüssel, dass da hier mehr überzeugt war. Ja, es ist die ich will so wenig wie möglich Arbeit und Probleme. Also dass sie die die Alpine Skianlage Lifty in ein paar hundert Meter weg ist, ist wichtig. Keine Skibusse und ewig lang unterwegs sein. Und ja, das Dorf haben wir nicht so viel gesehen, aber das sieht ziemlich klein und nett aus. Eine ganz tolle Abrisskiba gibt es daneben. Ja, genau. Schweini. Der Betreiber ist ganz toll. Ja. Also ich sage herzlichen Dank für eure netten, offenen Worte und auf gute Zusammenarbeit. Danke. Dankeschön. Alpenimmobilien. Ihr kompetenter Anbieter für geprüfte Ferienimmobilien in den Alpen.